Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silent Hill 3 mit Simon, Gregor und mit mir. Es wird super spannend, habe ich mir sagen lassen. Ja, der große Gruselspaß geht weiter hier heute bei Rocket Beans mit Gregor und Simon und mir. Silent Hill 3, Folge 2. Wir haben einen hervorragenden Auftakt gesehen von Gregor Kratzios in Folge 1. Er hat uns ein großes Repertoire an Items besorgt. Er ist nicht gestorben, er ist an vielen Gegnern erfolgreich vorbeigelaufen. Jetzt Simon. Ja, ich bin hier mit Blick auf die Besetzungscouch. Ist ein bisschen klein, aber. Ja, ist ein bisschen klein, ne? Für kleine Rollen. Da kannst du nicht viel mitmachen, reicht ja nicht mehr für ein Kamerabild. 4 zu 3 vielleicht. Ja, aber probier gerne mal die Steuerung erstmal hier ein bisschen. Hab ich gerade, genau. Das wollte ich nämlich. Und man kann also, man kann links und rechts strafen. Das ist relativ neu. Analog, muss ich sagen, gar nicht so schlecht. Du meintest, du kommst da... Also ich kam besser zu Recht mit dem Steuerkreuz. Das ist nicht wirklich analog, oder? Sie läuft ja nur eine... Ja, ist schon analog, oder? Ähm, es fühlt sich... Fühlt sich aber nicht an wie analog, aber werde ich gleich mal testen. Okay, wir wollen hier erstmal alles angucken. Ja, irgendwie, ich bin an all den Türen unten vorbeigelaufen, hätte ich das Gefühl. Okay, Achtung. Ich will hier nach vorne rennen. Oha. So, L2 gedrückt halten, um die Kamera hinter dich zu drehen. Ah, okay. Danke, das ist hilfreich. Okay, bevor ich... Okay. Ja. Oh, und du hast natürlich die Schutzreste an, womit du langsamer läufst. Ja, aber man kommt ja auch nicht drumherum hier auch mal ein bisschen... Ups, runtergefahren. Hier auch mal... Oh, okay. Hier auch mal ein bisschen gebissen zu werden. Was? Ich glaube, du strickst nur. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das ist die Karte, aber kann ich von hier in die Options? Ja, Select. Und die Start Select. Moment, also links, ne? Geht nicht. Wahrscheinlich, wenn du nicht gebissen wirst. Ärgerlich. Okay, hui. Du bist gelb gerade. Sieht man denn nochmal, genau, wo sieht man das? Genau, die Energie. Dass du hier links, die pulsierende Geschichte zeigt, die Farbe. Die waren, glaube ich, blau, wenn du okay warst. Ich schätze mal, gelb ist jetzt nicht so okay. Ich lege sie mal ab, damit ich ein bisschen beweglicher bin. So, wir haben also vor uns noch zwei Türen. Hinter uns eine Tür. Dann laufen wir einfach gerade aus. Ey, ist es okay für euch, wenn ich hier so ein Item ablege? Ja, ja. Unter Vorräte ist das Fleisch. Unter Vorräte, ne? Okay, Moment. Okay. Das Menü macht mich irgendwie wütend, weil das so viele verschiedene Spalten und Zeilen und Farben hat. Das ist richtig hässlich. Okay. Und ich nehme... Standard-Trank, oder? Ja. Das ist ein kleiner, ne? Ja. Nehmen wir mal. Ja, jetzt sind wir schon auf blau wieder. Alles gut. Also die Kamera ist zwar nett gemeint mit diesem Wechsel und es hilft manchmal auch, aber es ist auch super irritierend in diesen engen Gängen, wenn die Kamera sich dann erst nochmal um einen drumherum dreht. Ja, das ist vielleicht nicht die beste Stelle, um direkt einzusteigen zum ersten Mal im Spiel. Okay, so. Aber es geht schon. Also ich werde mich nicht beschweren. Zu deiner Linken. Genau, hier ist aber die Tür ist natürlich kaputt. Und was die Aufzüge sonst? Guck mal, da war noch eine Tür hinter dir, ne? Hast du die gesehen? So eine ganz kleine. Moment. Wenn du weiter rechts nochmal schaust. Oh, du hast recht. Da ist noch eine. Frage ist, war die überhaupt zu sehen? Weißt du nicht. Eingezeichnet auf der Map, ne? Da. Okay, die ist doch ziemlich deutlich. Aber da war ich doch eben die ganze Zeit. Du bist, du bist nicht. Ach, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Mann! Abgebogen. Okay, ich schaff's aber. Jetzt muss ich... Nehme ich mal an. Nein, das ist auch falsch. Nee, nach... Ja, ja, ich... Nein, das war falsch. So, da. Am Ende des Ganges. Dieses kleine Ding. Kleine, ne? Ja, die ist kaputt. Das war sie, oder? Ja, okay. Das Abhaken der Tür ist ein bisschen nervig. Okay, wir laufen jetzt wieder zurück und laufen links im Aufzug, ne? Genau. Kamera. Aber der Aufzug ist natürlich... Der Aufzug rührt sich nicht. Den muss man wohl wieder in Betrieb bringen. Da ist sie, glaube ich, nur umgefallen. Okay, jetzt nur noch drumrum und dann im nächsten Gang einmal alles absuchen. Das ist natürlich extra so gemacht, dass hier so viele Gänge und Räume sind, die man checken muss und währenddessen wird man verfolgt. Aber es erzeugt auch genau das, was es halt erzeugen soll, ne? So eine gewisse Hilflosigkeit. Jetzt muss ich mal wieder was nehmen. Gelb ist nicht so gut, ne? Du kannst wahrscheinlich noch einen sogar nehmen. Endlich mal. Ist das der Safe-Raum wieder? Ist der Safe-Raum wieder, ne? Oder guck mal. Doch, das ist ja. Die Besetzungs-Couch ist wieder da. Aber wir haben immerhin einige tote Türen gefunden. So jetzt raus. Also in der Theorie ... Ich kann mich nicht vorstellen, dass hier rechts was ist. Aber wir gehen trotzdem mal lang. Wäre cool, wenn die Tür dann über dir zu deiner Linken noch was wäre, weil da sind ja mehrere Räume, die da dran hängen. Die geht auf jeden Fall auf. Wie ich die alle verpasst habe, weiß ich nicht. Weil sie ist, welche wir meinen, ne? Das ist jetzt die eine Tür. Jetzt kommt die andere. Da. Nein! Ernsthaft? Oh, das ist aber gemein. Kann man ranzuhen? Ja, aber da sind alle Räume dahinter. Das kann ja nicht sein. Äh, doch. Mit X. Drück X. Ah, okay. Gut, und dann kann man auch sie ... Kommen wir nicht durch, ne? Kommt auch nicht durch den Speicherraum dahin irgendwie, dass man da durch die Wand konnte oder so. Also lass mal gucken, wir sind ... Da ist das Bett und dann ... Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber wir gucken mal genau. Irgendwo ist eine Tür, die wir verpasst haben. Da. Vielleicht das Frauenklo? Oh ja. Frauenklo habe ich nicht. Und ansonsten sind wir ja hier nicht weitergegangen. Genau. Bist du sicher, dass da eine Wand war? Genau, da war eine Wand. Ja? Da bin ich nicht durchgekommen. Ja, dann kann es doch eigentlich nur ... Oder Moment, es kann doch nur das Frauenklo sein. Ja. Von oben konnte man auch nicht in das Rondell gehen? Äh, ja. Von oben auch nicht. Also, es war bei beiden leider eine graue Wand davor. Auf zu ist auch zu. Ja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann gehen wir durch und immer durch. Okay. Dann ist es vielleicht tatsächlich die Frauentoilette da oben. Hier war Telefon. Kannst du mal gucken, ob du da was machst? Genau. Das wollte ich auch mal gucken. Gefühlt könnte man da doch irgendwas vielleicht noch erreichen, was nicht zu funktionieren ist. Wollen Sie einen Döner? Einen Döner macht es schöner. Außer Ihnen. Ihnen sicher nicht mehr. Okay. Jetzt gehen wir hier um die Ecke und dann die zweite Tür links. Wie beim besten Friseur in der Stadt. Ja. Das ist der einzige ... Oh, die Tür verpasse ich natürlich. Das ist der einzige, der keine gute Frisur haben darf, weil der ist ja der beste Friseur. Das ist wie beim Döner-Mann. Der muss nicht lecker schmecken. Wo soll er denn hin? Der muss nur lecker dönern. Ich kriege nur Gänsehaut. Geht ein versifftes Klo. Da war ja schon ... Letztes Mal haben wir geklopft, genau diese Tür. Wird das immer mehr? Nee, okay. Schade, da hätte ich mir so ein ... Aber, was ist da? Oh, Reinigungsmittel. Oh, jetzt ist es aufgegangen. Ja, 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 ich gehe gleich hin, keine Sorge. Aber es ist trotzdem super widerlich. Aber es ist niemand hier. Kannst du das Reinigungsmittel da reinschmeißen? Das habe ich auch gerade überlegt. Ach so. Auch wenn ich nicht wüsste, was das bringen soll. Bei Gegenständen, ne? Ich kann das nicht benutzen. Ich glaube, ich habe das Gleiche zu Hause. Gefahr nicht mischen. Im sauren Spiel mitgemischt produziert ist giftiges Chlorgas. Das ist gut zu tun. Mit Spülmittel haben wir nicht geklickt, ne? Also das andere. Ich glaube, das ist eine Waffe, die man sich dann damit herstellt. Oder ein Item, das man irgendwie braucht. Ich hätte jetzt Story-relevant gedacht. Ja, okay. Wo kommst du hin jetzt? Großes Problem. Tür zu. Da guck mal nicht durch. Das Telefon geht nicht. Also soll ich einfach nur zur Sicherheit noch mal diese Wand ... Ja, mach das mal. Ich meine, mir gehen die Orte aus, an die ich jetzt gehen kann. Irgendwie sind wir doch auch hier hingekommen. Läuft die wieder zurück, ne? Ne, jetzt laufe ich richtig. Ah doch, die läuft richtig, Tatsache. Ah, da war das, genau. Und dann auch wieder Hunde und alles. Alter, ich habe doch gerade erst angefangen. Wow. Ja, da ist halt echt einfach eine Wand, ne? Hat sie die jetzt wenigstens aufgeschrieben? Ja. Und ich konnte in den Laden eben rein, in dieser, wo ich vorher drin war, in der richtigen Welt, aber da habe ich ja auch nicht ... Den Kleiderbügel haben wir gefunden. Oh ja, stimmt. Den können wir vielleicht nicht mit dem Reinigungsmittel irgendwie kombinieren. Den Kleiderbügel mit dem Reinigungsmittel? Das sind die einzigen Items, die wir jetzt hier hatten, mit dem Kleiderbügel gekriegt. Aber ich glaube nicht, dass man die groß kombinieren kann. Wir brauchen irgendwie Seife. Das ist Quatsch, ne? Ja. Vielleicht konnte man den Kleiderbügel mit der Weste? Kombinieren. Also ich meine, das ist logisch, ne? Dann kriegst du breite Schultern. Nee, aber dann wird die Jacke vielleicht nicht ... Verknittert die nicht im Inventar. Das könnte gut sein. Ich habe ja ... Ich habe ja extra das Ding jetzt wieder abgezogen. Kleiderbügel könnte man also ähnlich wie eine Zange dann benutzen, wenn wir irgendwas so auseinanderbiegen und holen müssen. Oder durch den Abfluss den aufmachen. Ja, sowas. Oder ja, vielleicht ein Auto, Fenster, Tür, weißt du, sowas zum Aufmachen. Das kann man ja häufiger angeblich machen mit einem Kleiderbügel. Hat mir das Fernsehen beigebracht, dass das geht. Das ist wahr, ne? So. Ah, was ... Ah, nee, der Raum neben der Toilette, da haben wir, wo wir durch konnten, da konnten wir das Licht holen, die Lampe. Ja, stimmt. Da war ja sonst eigentlich nichts. Wir müssen doch irgendwas Grundlegendes verpasst haben. Können wir hier ... Wie sind wir denn hier gekommen? Genau, das habe ich eben gemeint. Wir müssen ja irgendwie auch in diesen Bereich gekommen sein. Äh, war das ... Nee, der Auf ... Doch, es könnte der Aufzug gewesen sein. Aber wo ist denn der Aufzug jetzt? Da unten. Ja, ich bin gespufft und ging nicht mehr, genau. Ach so. Ich meine, ich müsste da unten irgendwo rausgekommen sein. Jetzt haben wir nochmal probiert, da ... Ja, stimmt, du bist da. Ja, das ergibt Sinn, dass wir da sind. Der Speicherraum, der ist ja jetzt gesperrt, der Aufzug. Da kannst du nicht mehr reingehen. Könnte es sein, dass im Speicherraum ... Geh nochmal bitte kurz runter, Simon. Im Speicherraum, dass wir da irgendwie eine Lücke haben, wo wir in diese anschließenden Räume durch können. Also, das hat schon ... Ich meine, ich weiß, dass es eins dieser Rätsel gibt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da ist. Wir könnten es aber trotzdem mal ausprobieren. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Also, hier ist der Raum. Hier ist ein Liebesroman. Dafür hat sie keine Zeit. Hier, das Regal, ne? Denke ich auch, könnte man sicher wegschieben. Aber hier geht's halt nicht. Das war Silent Hill 2, wo man ins Balkon rauskommt. Das und das. Das Bett hat irgendwie Flächen. Ist das ein Wischlein? Aber nichts Gutes. Zeit zu lesen. Ne. Also, wenn, dann weiß ich nicht wie. Hm, dann leider keine Option hier. Puh, das ist jetzt aber okay. Lass mal überlegen. Wir haben einen Kleiderbügel und wir haben dieses Mittel. Uns fehlt aber noch das zum Mischen. Was potenziell auch sein könnte. Du hast bei dem Telefon-Icon ja geschaut, dass da irgendwie die Wand durchbrochen ist oder dass du irgendwo da durchkriechen kannst, um diesen Gang mit den ganz vielen Türen zu bauen. Ich kann's gerne machen. Wir haben da aber schon geguckt. Aber mir gehen ja auch die Ideen her. Was bedeutet denn der schwarze Klumpen auf der Karte? Weiß man das? Ja, ich weiß es nicht gar nicht. Weil bei dem Aufzug unten war sowas ja auch. Beim Aufzug ist das auch einer, ja. Wir könnten erst noch mal zu dem Aufzug gehen. Ja, finde ich auch. Ja. Vielleicht sagt sich was Spezielles jetzt beim Aufzug. Okay, hier links. Zu deiner linken, ja. Oh, ist da ein Bodenpanel irgendwas? Okay, nichts rührt sich. Hinter dir ist auch nichts, ne? Wo dieses schwarze Kasten ist. Wo der schwarze Kasten ist. Das ist hier, was auch immer das heißt. Nichts, ne? Okay. Oh, warte mal. Der Aufzug ist aber auch nicht von der Seite aufgehbar, oder? Kann es sein, da ist ja noch ein Aufzug. Ist das vielleicht auch eine Tür? Ich kann mal gucken, aber ich habe das Gefühl, der geht eher in die andere Richtung auf. Der geht nicht da auf. Siehst du? Das ist eine Tür. Nein, ich müsste hier das tun sein, aber da geht es irgendwie. Der Tür, die geht auch nicht auf. Weißt du? Ob die Hunde da immer noch wegen deinem Stück Fleisch sitzen? Ja, lass sie doch. Hör ihn. Die müssen auch mal ein bisschen Slow Food, ne? Stimmt. Die müssen auch mal genießen. Und nicht nur die ganze Zeit die wegrennenden Mädels anknabbern. Ey, die lassen mich echt in Frieden. Das finde ich sehr schön. Das ist cool. Gut investiertes Trockenfleisch. Ja, jetzt bleibt mir nichts übrig. Jetzt muss ich hier einfach mal weiter. Das Telefon-Dings, ne? Maximal wird mir jetzt auch nichts einfallen. Wir sind echt nah dran, jetzt alles gesehen zu haben hier. Machen wir alle Angst. Jetzt wirklich nichts mehr, okay. Vielleicht ist irgendwo noch ein Geschäft, wo wir über die Seite rein können oder so. Gab's ja ein paar Mal, dass da eine kleine Öffnung war. Das zum Beispiel. Hä, wo war das denn jetzt? Eine Tür auf der Karte? Hä? Ja, weil wir eben, weil wir ja die andere Welt sehen. Ah, das ist ja, das ist ja blöd. Ihr habt absolut recht. Ich meine, das sieht halt einfach aus wie eine Wand. Ihr habt absolut recht. Ja, aber jetzt wissen wir. Dumm gedacht. Ist aber aktuell nicht zu viel. Am Ende liegt es immer an einem selbst. Das heißt, naja, es war schon irgendwo im Licht. Oh, da ist doch was. Ja, Kleiderbügel. Da, wenn ich auf die Strecke kann ich sie nicht erreichen, wenn ich nur was hätte. Hätte, hätte Kleiderbügel. Kennt man ja das Sprichwort. Da macht sie's. Ah, kommt eine Leiche runter. Ein schwebendes Kleid. Das war mein Bügel. Das ist echt aber ein Quatsch, dass da einfach eine Tür war eben. Ja, wirklich. Wir sagen das beim letzten Teil auch noch. Ja, ja, das zeigt natürlich die echte Welt und nicht das hier. Aber sie zeichnet es trotzdem ein. Ich bin jetzt nicht durch die Tür. Kannst du runter oder ist das noch Cutscene? Nö, ich kann. Aber ich hab mich entschieden einfach. Volles Risiko. Wir gehen jetzt hoch. Cutscene jetzt aber, oder? Nein, doch nicht. Uh. Leichen, über die ich nicht drüber kann. Ein Stock weg höher. Gut. Okay. 20 neue Türen warten auf uns. Von denen über 18 zu sind. Von denen 21 zu sind. Okay, hier geht's hoch. Könnte man direkt überlegen, ob wir... Nee, machen wir erstmal das Stockwerk. Ja. Und die kleinen wieder. Oh, da hat er dich... Ach, es sind ganz viele. Ja. Deutlich mehr als früher. Man sieht gar nichts. Da Munition reinsteigt. Die wollen halt, dass man ballert. Aber ich denk mir, nee, es ist nicht diese Art von Spiel. Ich will da auch mal schauen. Ich will von dem Spiel nicht in deine Spielweise aufzwängen jetzt. Wir sind durch die andere Seite gekommen. Aber wir haben sicher noch nicht alles gesehen. Aber es ist halt schon sehr voll, der Raum. Ja, probier's erstmal. Ich würde ja immerhin dazu... Erstmal hinten rausgehen. Wir gehen erstmal ab. Okay. Ah, und du hast dich von dieser Seite jetzt geöffnet. Linksrum. Eine Map? Nein. Cool. Jetzt mal gucken. So ist... Zielen ist... L... R2. Okay, nee, will ich gar nicht. Shit. Okay. Heißt aber, man kann sie aufschließen. Mhm. Wahrscheinlich auch markiert und dann... So, hier. Da war irgendwo noch eine Tür. Ach, wie groß dieser Pfeil ist, ey. Es macht mich richtig übend. Nee. Hä? Wahrscheinlich dafür gedacht, dass du reinzoomst, dann... Der Pfeil wird dann durch kleiner. Ey, tut mir leid, Leute. Ich seh einfach grad nix, ne? Das ist auch echt verwirklich. Ich will diese andere Tür auf der Karte... Aber die muss dann ja hier sein. Aber denk auch dran, das ist immer noch die echte Welt, die da abgebildet wird. Vielleicht ist da tatsächlich gar keine Tür. Nee, du hast die angeguckt, ne? Siehst du, jetzt hast du beide... Man kann übrigens... Ah, so. Mit R1 kann man den wegblenden. Aber ich will diese Tür da unten. Da musst du einmal umsäck. Ja, das muss das nicht... Nee, zu deiner Link. Ah, ja, ja, okay. Mann, ey, Orientierung null. Ach, da. Okay. Frau Kretschmer, ihr Sohn ist nicht lebensfähig. Okay. Das war aber okay. Jetzt muss ich eigentlich nur hier rechts rum. Okay. Jetzt hab ich auch ein kleines Traumata. Nachdem das eben dieses Frauenklo war, der letzte Raum, kann ich hier keinen Raum mehr auslassen. Weil du weißt nie, wann wieder... Oh, eine Walnuss. Der Walnuss. Richtig random. Okay. Ich habe... Oh, ein Schachspiel? Nee. Ein schöner Silberring. Hä, das ist ein Silberringringring, als ich das letzte Mal vorbeikam? In der echten Welt kann es sein. Ich glaub, aus eher so... Hier war mal ein Juwelierladen. Ah, ja. Der auch mal ein Leben verkauft hat. Ja. Okay, unten wär noch was, ne? Ja, komm, dann gehen wir nochmal zurück. Ich vermisse, wie bei Resident Evil, so ein 180 Turn. Oh ja, stimmt. Okay, und jetzt nach unten? Ja. Eine reingedönert. Absolut. Einmal noch gucken. Oh, wahrscheinlich erst mal links rum, oder? Ja. Ich muss mir vorstellen, rechts rum, das ist auch... Ah, 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 oh, 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 oh. Wie oft sie schon beinahe. Alter. Ich weiß doch gar nicht, ob sie wirklich runterfallen. Nee, glaub ich nicht. Hätten sie das durchgezogen? Safe-Punkt? Safe-Punkt. Hm. Uh, kann es sein, dass wir in Richtung Boss oder so was hingehen? Ja, ich kann mich nämlich an den Safe-Punkt erinnern. Den hab ich bei Giga nämlich irgendwann benutzt, weil man muss ja immer bestimmte Schnipsel zeigen. Und deswegen weiß ich noch ganz genau, dass hier jetzt irgendwo bald irgendwas kommt. Ob es eine Cutscene ist? Ich glaub, ja. Irgendwas Spannendes auf jeden Fall. Ach, warte, kann man sich nicht diese Rauschfernseher auch nochmal genauer angucken? Check mal. Ja. Okay. Hilft mich viel. Hast du wieder für Premiere nicht bezahlt? Ja. Kennt keiner mehr, ne? Verschlüsseltes Fernsehen. Ist das derselbe Rausch? Das ist der Kleiderladen sogar. Okay, dann geh ich einmal schnell hier so, weil, ne? Da waren ja Sachen, die ich vielleicht verpasst hab. Einmal muss man ja alles riskieren. Das machen die auch echt geschickt, dass man da irgendwie doch rein muss. Okay, Schaufenster gucken. Naja, ich lauf schon vorbei schon. Okay, hier war die andere Kram. Und hier war der Ausgang. Okay, dann laufen wir erstmal wieder. Hä? Gut, dass du gesaved hast. Ach, krass. Ja, du warst schon auf gelber Energie, ne? Ja, aber hä? Das war überhaupt kein Treffer jetzt. Oder? Oh, wer kommt vorbei? Ich nehm ich mit. Vielleicht ist das gar nicht schlimm. Meinst du, dass das jetzt so gescriptet ist hier? Ne, ich glaub nicht. Ne, das ist game over. Ich denk auch. Ne. Ja. Tut mir leid. Sie hat auch nicht wirklich den Anschein gemacht, dass sie irgendwie so kaputt ist? Ne, gar nicht. Wusstest du gar nicht, dass sie getroffen wurde eben? Würde ich gerne wissen, ob gelb schon schlimm ist? Geh doch mal ins Menü. Vielleicht bist du tatsächlich schon bei rot eingefunden. Benutze doch einfach mal so ein Ding. Ja, ich weiß schon bei rot. Ich hab mich ein bisschen drauf verlassen, dass ihr ganzer, ihr Verhalten auch alles wird. Ich auch. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass sie so schlurft oder alles? Also eigentlich ganz klar nicht uns. Oh, einen kannst du noch nehmen. Ja. Okay. Gut. Dann können wir mit dem wissen, ja jetzt. Genau, den Raum würde ich jetzt vielleicht, ignorieren. Wir müssen wahrscheinlich aber trotzdem durch, oder durch den unteren. Ja, den Aufzug kannst du nochmal probieren. Den haben wir ja noch nicht geguckt. Du meinst, äh, einmal hier so durch. Genau, durch den Raum, wo du dich hier nochmal durchgekommen bist. Ansonsten hast du ja die ganze, die ganze Runde hier gemacht. Ist der hier direkt vor mir? Ja. Ja. Okay. Dann bewegen sie nicht. Ist also nix. Okay, so. Jetzt bin ich wieder hier. Und wir müssen überlegen, ob wir, ach hier die Leiter, ne? Und da war eine abgeschlossene Tür. Ja, genau. Ganz rechts. Das ist hier, glaube ich, nix. Aber ein Schlüssel hatten wir nicht. Ah, und draußen, wo wir waren, da waren ja die Rolltreppen hoch und runter, wo du bisher nicht gegangen bist. Genau, da würde ich vielleicht nochmal hin. Haben wir irgendwas? Nee, ne? Irgendwas hierfür. Jetzt kannst du die Walnuss mit dem Anhänger kombinieren. Es sieht so aus, als ob der da reinpasst. Ja. Nein, ne? Okay. Die Form ist eben so, ne? Ja, ist auch komisch. Das ist ja auch wahrscheinlich eher ein Edelstein oder sowas und keine klassische Nuss. Irgendwann sind die Walnüsse auch so viel wert wie Edelsteine. Wenn die Natur erst mal dahin ist, Leute! So. Wir gehen hier jetzt den nächsten Gang lang. Nicht ein zu weit. Ja, dann bist du wieder gleich in dem Raum mit den ganzen Fußpuppen. Ist okay. Jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Und hier rechts müssten jetzt die Treppen sein. Genau, dann nehme ich erst mal, guck mal hier. Nee. Hoch. Gucken, ob es hoch geht. Ja! Das ist gut. Boah, ich mag Nüsse. Jetzt habe ich nicht die Walnuss gesehen. Aber die sind so kalorienreich. Das schmeckt auch nicht so gut. Magst du keine Walnüsse? Das geht. Findest du ein bisschen Bock? Das sind viele andere Nüsse, die ich bevorzugen würde im Zweifelsfall. Was brauchen wir nie für? Die ist abgeschlossen. Guter Sieger! Wie gemein! Bist du euch denn ernst? Das weiterläuft dann. Wirklich? Unverschämtheit. Ja, wirklich. Das ist ja... Okay, es sieht aus, als hätten wir... Der Brotladen? Nein, ne? Nee. Nee, das ist doch... Gegrillter Hund. Alter Hund. Ein gekochter Schlüssel. Oh, das kann vielleicht die Tür jetzt unten sein, ne? Ich denke auch, ja. Das wird sie wohl sein. Oh, ist das das Deiner, wo es hier aufgewacht ist? Ja, sieht so aus, ne? Nee, das war so ein Burgerladen, ne? Und nicht so ein edles Etablissement. Das ist aber auch kein edles Etablissement, oder? Naja, ähm... Es sieht sogar noch in dieser Assi-Version gut aus. American Mall edel. Ja. Ja, haben wir den Wein nicht mit Tetrapack, sondern mit Schraubverschluss. So edel ist das. Gut. Du kannst oben Türen checken. Ja. Einmal Türen und dann gehen wir wieder runter und machen den Schlüssel, sofern wir nicht sterben. Ups, falsch gegangen. Ja, futtert der auch schon wieder irgendwas Leckeres? Wieder das Frauenclou. Hm. Waren wir hier schon? Nein. Nee. Aber das ist hier nix. Sehen wahrscheinlich alle nur ähnlich aus, die Toiletten, ne? Schon komisch, dass hier gar nix ist. Das ist komisch, ja. Na gut. Ich akzeptiere das. Draußen auch die Strichliste vor 15 Minuten gereinigt. Äh, genau. Von einem der Klumpenmonster. Okay, wir machen dann hier einfach ganz kurz ein Päuschen und danach geht's weiter mit den Silent Hill 3. Hey, Valentin, na? Endlich Blumen vergaten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen, da Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Da sind wir wieder. Ich geh schnell direkt durch die Tür. Wir lassen keine Zeit verstreichen. Mhm. Es gibt genug Probleme. Wir müssen nicht noch neue schaffen. So. Dann hast du hier alles geguckt erst mal. Also einfach jetzt checken. Runter. Ist doch komisch, dass das Klo offen ist, aber da ist nichts drin. Das ist echt seltsam. Das ist ein weiterer Raum, in den man nicht rein müsste. Aber sie wollen es einfach so. Ja, da laufen wir richtig. Genau, wir merken uns hier oben die Mondtür. Mhm. Die ist wichtig. Ich glaube, deswegen habe ich mir auch den Safe geholt. Ich glaube, ich hatte das Rätsel schon gelöst. Und dann kommt dann nämlich auf jeden Fall ein Endboss. Bevor du zu der Tür gehst, kannst du die Treppe hier runter, die Rolltreppe? Oder bist du von der gekommen? Ich gucke gleich mal. Nee, wir kommen nicht davon. Sieht so aus. Ups. Ein Loch. Das ist ein Loch. Dann nehme ich die andere auch nochmal. Das ist bestimmt das Gleiche. Ja, aber... Oh, da könnte aber unten was liegen. Das stimmt. Wer das liest, ist doof. Ja, da ist nichts. Wir haben es verstanden. Dann nicht. Okay, die Suche beginnt nach der verschlossenen Tür. Durch den Fußraum und dann gleich... Siehst du, wo sie ist, ne? Nee. Ach, da rechts, ja. Stimmt. Okay, dann gehen wir aber lieber unten lang. War das hier? Ja, ne? Geradeaus. Sehr gut. Ich habe benutzt gekochten Schlüssel. Der gekochte Schlüssel, ey. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Oh, da, ja. Da hinten, das sind doch... Genau. Gesundheitstrank. Oh, ein Rohr. Ein Stahlrohr. Ein seelenloses Stahlrohr. Das ist bestimmt... Ja, Waffen. Ja. Nimm noch einmal Hells, wenn du schon dabei bist. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Moment. Äh, Vorräte. Ja. Da haben sie es getrennt. Oh. So ist gut. Okay. Da muss noch was anderes rumliegen, außer die Waffe. Ja, Moment. Eine Speisekarte. Das war wohl mal ein Kaffee. Vielleicht doch nicht. Vielleicht war es das schon. Kannst du durch die Außentür durch? Ich denke, ja. Ja, klar. Sonst wäre der ganze Schlüssel ja Quatsch gewesen. Ja. Jetzt kommt der Bosskampf dahinter. Ich glaube, erst bei dieser Mondtür. Wo sind wir hier? Oh, ach da. Oh. Okay, ich gehe einmal links rum. Tja. This is not a door. Oh. Abgeschlossen. Ah. Ah. Geil. Nix jetzt. Sollen wir das direkt hier? Ja, beide Spiele runter. Die da neben dir ist. Nee? Moment. Ach, kombiniert verwenden. Ich hab mich fürs Geschirr. Okay. Du hast sie jetzt kombiniert? Nee, noch nicht. Ich kann sie kombinieren und dann verwenden. Kannst du denn die Spüle wieder angucken? Oder macht das überhaupt was? Nö. Nö. Die Spüle ist ... Aber du kannst es jetzt nicht so kombinieren, einfach die beiden Sachen? Vielleicht, aber sollte ich ... Also ich ... Vielleicht das ... Oh, ähm, guck mal zu dieser Tür. Vielleicht kann ich da das Schloss abbrennen oder so damit. Nee, das waren giftige Dämpfe, ne? Ja, ja, äh, einfach schlimmes Gas kommt dann. Weiß nicht genau, das braucht man sicher, aber ob man das jetzt hier braucht, schon ... Aber mit der Tür kannst du bestimmt noch was machen, oder? Ja, ich will erst mal kurz gucken, wo ich eigentlich bin. Ja. Oben bin ich langgelaufen, da war nix. Hier rechts, was war denn da? Genau, da hieß es, es war abgeschlossen. Ich kann dir vorstellen, dass du die vielleicht von der anderen Seite dann öffnen kannst. Ja, ich denke auch. Okay. Pass so auf. Okay. Ups, Moment. Einmal kurz gucken, und zwar da. Ausnahmsweise mal keine Gegner, ey. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Hm? Bist du schon halb offen? Ui. Irgendwie so aus, als ob man da nicht durchgehen sollte, solange das Licht rödelt. Oh. Giftiger Dampf. Ja, ja, die kannst du damit verscheuchen. Ah, giftiger Dampf, ähm, die kann man vielleicht in die, ähm, Luftanlage kippen. Ah, du bist so schlau, das ist eine super gute Idee. Ähm, hier, Dingsda, da, wo du gerade reingegangen bist, bei dem Ventilator waren Knöpfe davor. Vielleicht kannst du die ausmachen, das reinkippen und den Ventilator einschalten. Ja. Ja. Weil ich hier, wenn du guckst, siehst du, da waren Buttons. Also ausschalten. Ich dachte, ich hätte gerade ausgeschaltet. Ach so, will ich ihn ausschalten, ja. Oh Mann, ey. Okay. Ja, das passt gut. Dann raus und wieder anmachen, ne? Wo hat sie denn den Eimer her? Das finde ich auch komisch. Oh Gott, ey. Insta-Kill. Ja, in echt, ne? Null durchdacht. Luftanhalten, wäre cool gewesen. Wenn man Schmerzensschreie. Was von den Motten? Meinst du, verlierst du Energie, wenn du jetzt da reinläufst? Alles schon weg. Alles dood. Oh, warte, da war noch ein Türscher. Auf Wiedersehen. Safe-Raum? Mhm. Hab ich überhaupt außer dem einen Schuss, den ich aus Versehen abgegeben habe, einmal geschossen, ja? Am Anfang mal. Am Anfang, ne? Aber ist doch nicht schlecht, wir heben es auf, es kommt schon noch. Das Rindfleisch war wirklich gut. Kein Safe hier? Mhm. Aber irgendwo ist hier gleich ein Safe bestimmt. Schön, dass mir hier keine Gegner hier sind. Ja, so angenehm. Aha. Aha. Hier ist es ein viereckiger Raum. Ja. Ohne irgendwas Spannendes. Bequem gemacht. Was ist denn da an der Wand? Ah, Tür. Ah, Durchgangstür. Okay, das bleibt schlimm. Hier werden wir sicher noch mal hinkönnen, oder? Ja. Irgendwann später. Kannst du ja erstmal hier so ein Check. Ah, ich mag das nicht so. Nicht ganz abgeschlossene Räume zu verlassen. Ui, ui, ui. Ich finde, dass schon ganz schön lange keine Story-Sachen irgendwie mehr kamen. Ich kann mich aber erinnern, der Part hier ist ein bisschen zu lang. Mhm. Und dann geht's aber eigentlich relativ gut weiter. Ui, ui, ui. Ja, die fliegen da rum, ne? Irgendwie so auf ihren... Holy shit. Sind das die Messer zu den Dönerleuten? Ja. Ja, genau. Das sind wirklich die... Ihr habt völlig recht. Das ist mir nie aufgefallen, aber das ist so. Uff. Uuh. Shit, 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 shit. Ich mach mal den Check. Boah, das ist... Bisschen nervig, der Raum. Ist noch voll laut. Ah, Mann. Boah, ey. Das macht einen aber auch fertig. Es ist genau so wahrscheinlich, wie es sein soll. Uh, und man verliert immer mehr den Überblick über alles. Man muss sich auch mal treiben lassen. Kannst nicht immer alles kontrollieren in so einem Spiel. Aber ein Save hier immerhin, ne? Aber das sagst du, Fabian. Du hättest bestimmt jede Tür zehnmal abgecheckt vorher, oder? Ich hätt's auch gemacht. Ja, aber nicht, wenn da zu viele Gegner sind. Dann denk ich mir so, nee, ich geh erst mal weiter. Das ist dann immer ein Abwägen, ob sich das lohnt. So, komm, jetzt muss er mal ein Boss sein. Der kommt wirklich erst mit dieser Mondtür. Da bin ich fast von überzeugt. Okay. Unspektakulär. Hier kamen wir rein. Da gehen wir weiter. Aber das geht doch gar nicht auf. Okay. Aber wirklich nicht? Abfühlen und Speicherraum. Ist aber gut. Ich bin froh für jede Ecke, die abgeschlossen ist. Ach. Ja, vorne. Ah, die Tür. Die kannst du von der Seite öffnen, dann kommst du wieder zurück. Das ist doch schön. Jetzt geh ich aber nochmal zurück und guck mal, ob die direkt... Alter, von allen Seiten, ne? Auch direkt ein Hund. Shit. Es ist zu viel auf einmal. Ich wollte halt gucken... Ah, Mann! Shit. Okay. Bringt nix. Hey, es sind alles keine Türen. Muss man eigentlich aufhören, da nachzugucken. Ja, du kommst wieder, ich glaub, unten rechts. Da sind wieder die ganzen Gänge, wo wir noch nicht geguckt haben. An die Türen, ne? Ja. Das hier? War das schon? Ich glaub. Ich glaub, die nächste Ecke? Ja. Das ist der Brotladen. Hier kommen wir her. Oh, ja, ist ganz klar. Ich geh eigentlich nur durch. Ja. Tür zu und dann wollten wir... Da ist noch eine offene. Genau, da ist eine. Und wenn du einmal drumherum gehst, kannst du noch einiges checken. Da geschaut? Auf der rechten Seite? Doch. Die war, glaub ich, zu, oder? Ja, die war zu. Die war zu. Okay. Da steht die ganze Zeit der Eimer im Weg. Mach mal ein Eimer. Da bist du an der Tür vorbei. Warte. An der Seite von der Wand. Zurück. Zurück. Ach, du meinst an dieser Wand. Hier, genau. Und jetzt zu deiner. Da siehst du sie. Ja, aber da haben wir auch schon gedacht. Da hatten wir noch nicht geguckt. Jaja, aber gedacht haben wir da schon hingeguckt. Beim ersten Mal. Okay, durch, durch, durch und dann auf der rechten Seite. Kommt aber auch keiner. Kommen sie gleich. Verdammt. Was haben wir denn noch für Gegenstände, die wir noch nicht benutzt haben? Ja, okay, da ist Schluss. Die Walnuss haben wir. Ja, und natürlich die Säure. Die scheint schon jetzt irgendwann nicht zu werden. Die Säure haben wir noch gar nicht. Ach, die haben wir ja gerade benutzt. Das stimmt. Ja, ja, okay. Die zu deiner rechten, die Tür, glaub ich, noch? Da war noch was. Oder? Glaub nicht. Ach, hast du schon. Und geradeaus durch wäre noch einer. So ein Checken. Stimmt, ganz genau. Ja. Die gucken wir noch mal an, aber ich glaub, die geht auch nicht. Obwohl. Ach. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich, jetzt wieder hier durch. Haben wir denn vielleicht, hätten wir nicht auch stockwerkmäßig. Also wir haben ja noch nicht alles angeguckt. Da unten wäre noch, wenn du jetzt, na nee, das ist da ja vielleicht, du meinst du, siehst diese Rolltreppe da. Ja. Ja, von der Oberseite. Ich glaube, das könnte sein, ja. Hier waren wir noch nicht, ne? Doch, doch. Ach doch. Wir haben ja nur nicht viel angeguckt. Ah, die sind das, ja. Genau. Ziemlich direkt durch. Ja, die Ecke kennen wir aber schon. So, jetzt muss ich noch mal schauen. Okay, da unten komm ich da nicht hin. Hier links können wir gar nicht hin. Rechts. Jetzt kommen wir wieder zurück in den alten Flur. Speicherraum und dann wieder, das ist, das fehlt uns. Hatten wir oben diese Mondgeschichte, haben wir dafür vielleicht irgendwas Neues gefunden? Ne, ich glaube nicht. Also der Wahl muss mir wenigstens einfallen sein, wir können nochmal durchs Menü gucken. Was war, wenn du jetzt mal runter zu der Rolltreppe läufst? Das wolltest du jetzt machen, ne? Da kommen wir leider nicht hin. Ja, das ist leider, siehst du, da ist nix, ne? Ah ja, sorry. Ach, drehen hier ist wirklich ne, ne Plage. Ja, ich will doch einmal auch kurz Select drücken. Shit. Danke, Regie. Ja, ja, ihr müsst das ja auch die ganze Zeit hören, ne? Schöne, schöne Drücke. Ich nehme die jetzt wieder. Ja, mach mal. Okay, ich drücke Dreieck. Wir müssen jetzt rausfinden, was wir hier machen. So, Rollsklappe runtergegen nicht. Da sind wir noch nicht. Unten links sind wir noch nicht. Ups, Moment. Mach das gerade mal. Hier links. Unten waren wir noch nicht. Ich glaube zwar, da wird irgendwo was versperrt sein. Du wirst nicht hinkommen, aber du kannst es mal rausprobieren. Man kann es nochmal versuchen. Außerdem wäre natürlich, Moment, hier stockwerkmäßig. Oben ist die Tür, okay. Da ist der Durchgang. Mal kurz gucken, was unten ist. Ach, du bist die Leiter hochgegangen, aber da hinten hatten wir potenziell nicht geguckt. Du weißt, wo die Leiter nach unten hochgegangen ist. Du hast recht, da können wir noch was sagen, ja. Ja, stimmt. Okay, also hier und dann die Leiter. Also in den Osten, okay. Gut, machen wir so. Ich versuche mal, jetzt im Süden da lang zu gehen. Wenn sie kugelsichere Weste anhat, läuft sie langsamer. Aber wenn sie sie nicht trägt, hat sie sie in ihrem Rucksack. Also trägt sie sie genauso eigentlich. Aber gut. Ja. Ach nee, hier sind wir wieder. Ich dachte auch gerade, es wäre ein neuer Raum, aber es ist ja nicht mehr. Guck mal, es ist blockiert daneben. Du kannst es gar nicht runter in den Bereich latschen. Na gut. Und hier war das Ohr. Oh, Moment. Ja, okay. Hier haben wir ja auch schon alle geguckt. Ach, das ist jetzt wieder der Raum mit den Hunden, äh, mit den Poostingern. Shit. Ui. Wie man einfach nicht sieht. Ich hab halt wirklich überhaupt keine Ahnung, wo ich hier bin. Äh, hinter uns. Okay, ja klar. Ja. So. Hä, war hier nicht eigentlich was? Nee doch, es war die Walnuss. Ach so, genau. Der Durchgangsraum mit der Walnuss. Hier war der Safe gleich wieder. Benutzt den doch schon mal, ne? Ja. Wenn wir jetzt wieder da sind. Aber wir sollten auch, wenn wir nichts erreicht haben, nicht so viel speichern. Aber das ist, glaube ich, noch okay. Ach, du hast so eine Menge gemacht. Wo das her kommt, gibt's noch mehr. Also, du wolltest jetzt noch mal zu dem Leiterraum zurück, ne? Ja. Ja, das war der, ja. Und wenn da jetzt die Tür, die wir sehen, wenn die zu ist, dann haben wir irgendwie ein Problem. Dann brechen wir es ab an der Stelle. Ja. Das war's mit dem Let's Play. Aber das sieht aus wie eine Tür. Nein! Ah, it's kaputt. It's kaputt. It's kaputt. Ja, und hier unten brauchen wir gar nicht erst gucken. Wir haben eh ein halbes Jahr schon gesucht. Da haben wir schon super viele Sachen gemacht. Es hätte ja noch sein können, dass uns noch irgendwo ein Rätsel... Dann gucken wir noch mal kurz ins Inventar vielleicht. Was natürlich sein kann, das war jetzt eine Tür, die nicht auf der Karte eingezeichnet war. Ja, stimmt. Wo wir hier gegangen sind. Das kann vielleicht heißen, dass oben da auch Türen sind, die nicht eingezeichnet sind. Kann man Millionen Türen da irgendwo geben, die wir nicht sehen auf der Karte. Man kann's ein Menü neu laden, das ist auch nett. Wie kann man denn die Walnuss öffnen? Also mit einem Nussknacker. Auslage eines Juweliers. Etwas klappert. Ah. Oh, es könnte der Schlüssel sein, der da drin klappert. Ähm. Okay, Items haben wir nicht. Die einfach hinlegen und draufhauen wir das praktisch, ne? Ich glaub, du musst sie irgendwo in irgendeinem Level... Ja, bestimmt irgendwo in Vorrichtung oder so ein menschlicher Nussknacker, wo du die Leiche reinpackst. Ja, aber da hätten wir doch mittlerweile eigentlich was finden müssen. Kann es sein, dass hier... Ich frag nur einmal, dass hier irgendwas ist für diese Nussknacker-Geschichte. Fällt da einem was ein? Vielleicht da, wo das Telefon ist und mit dem Hörer draufschlagen. Das ist eine schöne Idee, aber das trau ich dem Spiel nicht zu. Also hier wird mir nichts einfallen, ganz unten. Ja, gut. Weil es kann ja auch immer sein, dass wir irgendeinen Raum uns einfach noch nicht genau angeguckt haben und dann steht da irgendwas in der Ecke. Ja. Ja, bestimmt irgendwas, wo dann ganz viele Gegner drin gewesen sind, damit man schnell rausruscht und du nicht nach den guckst. Ja. Das kann nämlich echt sein. Ja, es kann zum Beispiel dieser Durchgangsraum sein mit den drei, vier Gegnern drin, aber man weiß es halt nicht. Ich glaub, der Nussöffner wird nicht so weit weg sein von dem Ort, wo die Nuss lag. Na, wir wissen aber nicht mehr, wo die Nuss war. Doch, wo wir gerade hochgeklettert sind. Genau, der Durchgangsraum, der untere hier, neben dem Safe-Raum, da war die Nuss drin. Echt? Ja. Da unten? Ja. Ja. Waren wir nicht in dem Raum drin, wo wir gesagt haben, da ist nichts? Was ist denn in dem Raum unter dem Speicherraum nochmal gewesen, in diesem Durchgangszimmer da unten? War da irgendwas? Das war die Walnuss. Ja, da meintet ihr, da wäre die Walnuss. Okay. Da hat durch ... Da ist noch ... Nee, die ist zu. Ja, das Ding ganz rechts, da war gar nichts, oder? Der Raum meinst du über der Treppe? Ja. Nee, komischerweise nicht. Da haben wir auch nicht genau geguckt. Dann dieser Raum, wo ... Ja gut, da haben wir noch nicht oben geguckt. So ein bisschen diese beiden Geschäfte. Da könnte noch was sein, aber ... In der Theorie. Irgendwie glaub ich's nicht. Aber ja, was hat noch ... Ja, ich würd maximal da nochmal hingehen jetzt erst mal. Mehr wird mir jetzt auch nicht einfallen. Ich geh jetzt mal ... Moment, einmal noch mal kurz zurück. Wenn wir jetzt hochgehen. Da war sicher nix, oder? Der Raum da unten. Was ist denn mit dem Raum da unten? Ist der nicht hier irgendwie wichtig gewesen? Ich kann mich nicht erinnern, was da war. Wir können gerne nochmal gucken. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, was da gewesen ist. Ich würd gerne nochmal hier hoch, weil dann haben wir's einmal. So, mach das. Also ich denke, wir suchen jetzt irgendwas für die Walnuss. Vielleicht in dem einen Klo, dass man es da auf den Rand klickt, dann schlägst du die Kloprille drauf. Wahrscheinlich nicht, ne? Du meinst das blutige Klo? Naja, es gab dieses eine Klo, wo man nichts machen konnte, aber ... Ja, aber da war keine Perspektive für das Klo. Da war keine Kamera extra für das Klo, glaub ich. Hier war der gekochte Hund, oder? Nee. Hm. Na gut. Ist das eine Leiter da links? Nee, ne? Ah, nee. Äh, probier jetzt trotzdem mal. Es sieht nur so aus. Ja, gut, es ist nur das Regal. Ja, leider ist hier nix. Leider Popeida. Oh, shit. Hey, das gibt schon auf die Mütze jetzt. Ich würde halt sehr gerne mir dieses Rätsel einmal anlesen. Ja, stimmt, ich auch. Aber, okay, ganz schnell. Sie haben eine Runde Vertiefung. Da steckt auch die Nuss rein. 300 Tage, obgleich Schmerzensschreie. Ah, okay. Und das Amulett geht auch nicht, ne? Jetzt, wo wir schon hier sind. Guter Gedanke. Irgendwas mit 300 Tagen war da auf jeden Fall. Weil so lange dauert es, bis wir das Rätsel gelöst haben. Das bedeutet längere Spielzeit. Hast du mehr von deinem Geld? Stimmt. So, ein letztes Mal auf die Karte. Und wir wollten nach rechts nochmal gucken. Ja, da auf der ganz rechten Seite potenziell, ob da noch vielleicht ein bisschen weiter drüber zwei Räume sind in diesem Raum mit den vielen Gegnern, die rumfliegen, da oben. Ja, ja. Ah, ich hasse diesen Raum hier. Ach so, ich sehe ihn rechts, ja. Ja, genau. Zu dem Escalator kommen wir ja nicht. Ja, ich befürchte, da oben werden schon Türen sein. Weil, guck mal, wenn du ganz nach rechts gehst, da unten war ja auch keine Tür eingezeichnet, wo der Durchgang ist. Und so wird rechts bei den anderen Räumen da auch verhalten. Das Gute ist, dass wir hier, ich gehe jetzt nochmal hier durch die Tür mit den vielen Monstern. Und ihr müsst nochmal gleich gucken. Ob da was ist, ne? Ob da irgendwas ist auf dem Weg. Ich schaue, ich versuche in der Mitte durchzulaufen. Eine Granate wäre echt nice hier. Das ist hier, ich muss einmal gucken. Nix! Shit! Oh, jetzt haben sie dich eingekesselt. Das muss kesseln. Ich will eigentlich schießen. Gedrückt halten kannst du nur. Reicht schon. Ja, das ist nicht so smart. Oh, du kannst drauftreten dann, ne? Auch nochmal. Ich mach das jetzt, weil eh alles egal ist. Warum? Weil ich ja gespeichert hab. Ach so, okay. Okay, trittst du nochmal tot, alle. Okay, ich glaub, er ist tot, ne? Okay. Sicher, sicher. So, einmal hier lang gucken. Du musst kurz an Dead Space denken, wenn ihr euch da achtet. Also, Arm und Körper. Apropos, wir könnten natürlich auch das Dead Space Remake spielen und wir könnten auch Callisto Protocol spielen zusammen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Wir müssen ja irgendwie die Zeit bis zum Resident Evil 4 Remake überwinden. Das kriegen wir schon hin. Hm. Schade. Nichts. Rein absolut gar nichts. Spielst du jetzt weiter mit dem Spielstand? Ja, ne? Du, ne. Lädst nochmal, ne? Wenn wir so viele Kugeln verdüdelst haben. Ja, oder? Aber wir wissen es jetzt wenigstens. Äh, muss ich dann da ganz raus? Ja. Äh, weiß gar nicht, ob du... Oh. Lass sie einfach umbringen irgendwo. Oh, okay. Aber dann können wir das nutzen. Dann warte. Dann lass mich doch nochmal... Ach, nochmal checken, ob es überhaupt Sinn ergibt? Äh, genau. Bevor wir da dann irgendwie doppelt hinlaufen. Können wir nochmal schnell... Moment. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch egal. Ja, echt? Aber du hast... Also, du hast auch viel Munition verloren. Aha. Wir machen es ja auch. Aber wir wollen ja eigentlich gucken, ob rechts was ist. Das stimmt. So, der aufgeschlossene Raum mit dem ganzen geilen Scheiß. Was ist das eigentlich nochmal hier? Das war mal ein Bild oder so. Nö. Okay. So. Jetzt schauen wir mal ganz genau. Ja, vielleicht ist ja hier auch... Es kann ja auch sein, dass hier immer noch was ist. Trotzdem. Also, dass man hier irgendwo durch kann. Was wolltest du gerade? Du kannst auch die Abkürzung nehmen, wenn du das mal oben schauen möchtest. Da ist ja diese Tür geöffnet. Genau, das würde ich auch machen, glaube ich. Ja, das wollte ich auch nehmen. Ja, ja, die wollte ich auch. Ich dachte, du meinst hier noch irgendeine Abkürzung. Ja, was dann eigentlich hier? Ich wäre schon so oft gestorben. Da ist eine Leiter. Da ist die Leiter, ne? Da hinten. Scheiße, ich hab's gesehen. Moment. Oh ja, stimmt. Ja, ja. Auf einmal drumherum. Da ist sie. Ja, wir sehen's. Also, wir sehen's auf dem Fernseher. Das ist eine sehr lange Leiter. Stimmt. Könnt ihr die hier sein? Ne, ich glaub noch ein zweiter. Noch ein weiter, ne? Ich glaub, da, wo das gerade Stück auf der Karte ist, ist die. Also hier in diesem kleinen Ministückchen. Oh, eigentlich müsste es hier sein, ne? Vielleicht ist die auf diesem Stockwerk, vielleicht ist die gar nicht da. Aber wir haben die auf jeden Fall gesehen. So eine Leiter, die man nur von einer Seite aus sich angucken kann? Ne, eher so, die ist quasi nicht. Schau mal auf den Kontrollmonitor. Da kannst du es besser sehen bei uns. Also, weil unser Fernsehen recht dunkel eingestellt ist. Da siehst du sie, ne? Das ist eine Riesenleiter, die da runtergeht. Ja, und siehst du, die hält nicht auf diesem Stockwerk. Ne, weißt du, was das ist? Die ist in der Mitte. Ich wette, wenn du in dem Walnussraum oben drin bist. Äh, in dem Sichelraum, ne? Dass du schlecht runtergehst. Ja, das brauche ich auch. Ja. Walnussraum. Ja, okay. Aber die Leiter ist ein guter Tipp, finde ich. Kann man schon mal was mit anfangen. Boah, dieser Raum, ey. Ey, ich mach hier auch nochmal, ich mach jetzt, wir haben ja, ist ja egal, wir wollten ja eh neu laden. Ich mach jetzt mal hier so ein Ding, dafür haben wir es ja. Mann, ey, die sind wirklich dumm. Das ist kein Boss, der mir gefällt. Was? Ne, ne, da war es schon der Safe-Raum, ne? Und die eine Tür war kaputt. Wir müssen ja trotzdem, ah, ah, ach, 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 ach. Ein Nussknacker. Eine Art Schraubstock. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Benutz die Walnussraum, wir können ja nachher laden und einfach das direkt machen, ohne so viel zu verlieren. Ja, ich würd einfach drauf scheißen. Mir wär's egal, mäh, 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 mäh. Dann haben wir halt einfach ein paar Patronen weggeballert, mäh, 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 mäh. Dann wird's ja unendlich schwer. Wir haben ja schon noch viel geballert bisher. Also von mir aus machen wir auch gerne weiter. Ich mach nur Spaß. Wir können auch weiterspielen. Mich stört's nicht, aber ich weiß, die Leute wird's ärgern. Wenn wir jetzt neu laden? Ja, glaube ich. Nein, das wird mich ärgern, weil wir so verballert waren. Weil wir verschwendet haben. Wir waren ja schon im No-Fucks-Given-Modus. Ja, ich ... Oh, warte mal. Moment. Wie liegt das Ding ... Ach so, ich muss es benutzen. Ja, du musst es benutzen, weil du kannst ja das nicht aufnehmen. Ja, das kommt in die Mondtür. Ein Juwel in die ... Der Mondstein, Flieg und Sieg. Mondstein, Senata. Okay, dann fangen wir noch. Ich weiß immer noch nicht, wie wir rauskommen. Aber ist ganz gut, wir sind jetzt am Ende. Wir werden das quasi an die Stelle einfach weiterspielen mit dem Save-Game und dann bei der nächsten Folge direkt hier einsteigen. Kurz für euch noch mal die Karte. Und für mich auch, um ehrlich zu sein. Da sind wir, zweiter Stock, Central Square Shopping Center. Beim Save-Raum. Ups, sorry. Da, okay, da sehen wir uns auch gleich wieder. In der nächsten Folge, ne? Wenn wir wieder Silent Hill 3 spielen, wir vier lustigen beiden. Bis dann. Das war die Tuesday. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020